Du hättest doch nur das hellblaue da oben lassen müssen, genau! So und... Ja schön, wie willst du da jetzt durchgehen? Kannst du mir das mal verraten. Ach, warte mal. Tschüss. Tschüss. Was machst du da jetzt? Setzt du deins da... ...und da hin. Boah, geh doch mal weg da, ey. Dass wir da durchkommen. Schön. Bratwurst? Wieso das jetzt gehen? Warte, ich hab meins gesetzt, ne? Ich würde dich ja jetzt sterben lassen, ne? Wirklich? Wir müssen das von hier oben da hin haben. Da. Seh ich das falsch. Seh ich doch vollkommen richtig. Kann man denn da oben noch ein Punkt entsetzen? Warte mal. Warte mal. Warte mal, du kannst deins eigentlich da lassen. Und gehen wir mal nicht da durch. Und dann setzt du hier einfach dein Geld bis jetzt. Wo machen wir das vorher nicht? Ich weiß das nicht. Ja und jetzt? Ähm, warte mal. Irgendwo muss man dann noch was setzen gehen. Ne, warte, geh mal weg. Kann man nicht da hinten auf die... ...tür dem Ding drauf gehen? Tschüss. Ich hänge hier fest. Ich hänge hier fest. Was ist das denn für die Scheiße? Tschüss. Da unten ist auch ne Plattform, ne? Oh, du Pisser. Was seid ihr die Scheiße? Ach, du bist auch tot. Hihihi. Kann ich aber nix hören. Doch. Alles. Lalalalalala. Bist'n Arsch. Ehrlich. Was sollte der Scheiße eben? Oh. 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 Was soll ich nochmal sagen? Guck mal hier durch. Okay. Ja und? Oh. Was bringt das? Äh, welches hab ich da hinten? Ähm. Guck mal, wir müssen auch rüberfliegen, richtig? Guck mal, da unten auf dem Boden ist ne Plattform. Ach so. Und du musst... Und auf die Schräge 1. Ja. Warte mal, ist da... Ne, dir kann da hinten nix passieren, ne? Hm. Dann musst du das zuerst von dir weg machen. Nee. So. Okay. Toh. Kriegst du das denn weg? Ja, warte. Ich glaub nicht, ne? Doch. Ja? Lange ich dir ja nicht runterfalle. Was genau drüber stehen. Tschüss. Dann geht's doch. Party! Boah. Keine Netzwerkverbindung zu den Steam selber möglich. Hm. Ich schmier' gleich wieder alles ab. Glaube ich aber auch. Steam. Mittlerweile. Ja. Bei mir lädt schon. Bei uns glaub ich... Gleich hat's ab. Ne, jetzt geht er wieder. Bei mir hat er eben auch ganz kurz. Äh, Freundschaftssinn geht schon nicht. Gründerin. Naja, ich bin auch noch im Spiel. Das ist ja ein anderer Server. Nur Steam funktioniert wieder nicht. Mh. Äh. Drahtwurst. Ja. Ja. Warte. Äh, ja. Ähm. Warte mal. Ja, aber... Du hättest dein Portal vorher schon setzen müssen, glaub ich, oder? Ne, ne. Wer machst du da? Weiß das nicht. Ich weiß es nicht. Guck guck. Hallo. Wie. 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 What the fuck? Ist da nicht hier noch irgendwo eine Wand? Ach. Bin doch so blöd ehrlich. Ja, bist du auch. Du? Nee. Du musst neben meinem Roten das Deins entsitzen. Ach. Dann bist du mal... Häh, was... häh, warum machst du das denn so... Häh. Hää. Häh. Häh. Was bringt das jetzt? Nee. Häh. Häh. Garnis, ne? Häh. 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 mach du mal dass man da wieder durchfliegen kann dann gleich und zwar jetzt wo durchfliegen kann wo durchfliegen kann ja da durch das portal bei dir was bei mir vorher war das hier also das gelbe dahinten jetzt zeig mir doch wurde ich weiß ja nicht wo dahinten ist boy da das gelbe hin das ding auf dem boden ich kann das von hier nicht markieren wo mein lilanus ist ja ist ja gut nein das ist falsch das ist falsch nein das ist nicht das ist falsch das ist nicht laber nicht so jetzt mach hier wieder ein gamesportal hin das ist falsch nein und fliegt eigentlich mit deiner kurzen bin immer in der körper habe ich jetzt mit einer kurzen bin dadurch das ist falsch geht er weg blöd müssen wir denn hin und kommen rüber ich verliere unter wie gut ich bin ja wie gut ich bin ja wie gut ich bin du bist es war ich auch noch hier und da hat ja er hat um auf geht und so langsam geht es mir wieder gut ab ab aber wir sollen nicht gemeint so zu sein ha 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 ok oder portal auch noch eins hin oder vielleicht da noch ein sinn oder nein da noch ein ich glaube so ist richtig scheiße gerade das glaube ich richtig fehler der natur das ist total weg was machst du dafür scheiße geht so nicht was machst du da was machst du da guck mal ich hab dir noch ein portal nein lass mal lass mal lass das doch mal ich weiß was man machen nein das weißt du gar nicht doch ich muss das machen dass mein bildschirm nicht ausgeht man das war doch so guck mal das war so richtig guck mal wie schön das ist muss das gelbe jetzt erstmal da unten nein verwirr mich nicht sag mir wo gelb hin wieder unten jetzt ist dahin aber das geht nicht von hier nicht dadurch gehen doch ich kann doch nicht dran aus der ecke oder so und es darum das rote muss wieder zurück müssen nämlich weiter rüber fliegen schlau ne bringt das jetzt eigentlich was so kannst du nicht auf die schräge da hinten was setzen du musst mal hier du noch da hin hier da du noch da kommst du da nicht dran nein kapierst du das nicht nein mann wenn ich da durchlaufe dann geht man ein paar teile weg nein ich muss doch oft wo du hin muss richtig ja aber mach das doch erstmal hier ich check das nicht das gelbe du checkst echt gar nichts ich weiß das ist doch voll dumm und jetzt mach das gelbe da ich weiß doch noch nicht mal wo das ziel ist ich hatte es schon gesehen so und jetzt fliegt er durch ja dann wenn ich da durchfliege gehen meine portale wohl weg fliegt durch ach ist doch scheiße hier alles hab ich doch gesagt meine portale sind weg ja aber guck mal das was sie ach man ist doch hier volle hänger hier das war das kackspiel hier nein halt die fresse router siri halt die klappe ich hab doch immer das ziel gesehen verwirrst mich voll ja aber wenn man das von uns nicht sehen konnte so nigger da nervt siri immer noch ab sofort heißt das siri jetzt nicht oder alice kann sie auch so alice im wunderland nein alice ist das gleiche wie siri nur für android schluss schluss ach halt die klappe alice weil man mit tränen keine brücken bauen kann guck mal ich baue im knast guck mal wir im knast ey ja die dürfen uns nicht kriegen ja mach mal da hinten eins hin da und da oder kommst du da nicht ran da hinten wo hast du das jetzt gesetzt nicht was machst du da für scheiße ich komm da gar nicht dran oder du komm ich da ran vielleicht war du versuchst durch zwei zu schießen kann mich habe ich das ja aber wieso kann man da hinten dann ran keine ahnung als da vielleicht nicht geht da geht's ja oder so warum machst du jetzt hier wo ich stehe ja mach da das rote halt ist doch egal muss da nur durch ja und du zwingst sie da mit dem dicken körper da durch oder was hier ja aua ha 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 das war das dunkelblaue ach scheiße das war jetzt das falsche so das dein ja ich weiß geht doch boah drecksdinger aua ja ich habe geklatscht die schnauze blüten siri die schnauze wir ja erstmal so klar guck mal hier wie geil ich guck mal aber nichts eigentlich nicht so immer kurz zurück oder gehen wir da jetzt mal rüber problem werden gleich die viecher sein ja obwohl macht nein komm her hat schon mal ich wusste darüber ja macht man da ein gewissen vor 1 abgekommen problem ist jetzt wie soll man da rankommen warte mal weg was denn ganz schnell ganz schnell machen das geht nicht sonst machen wir so dass du dein erst mal woanders hinsetzt dann und dann gleich ganz schnell wieder hinsetzt wenn ich gedrückt habe jetzt ja ich habe ihn jetzt kann zweck machen sicher die schießen sagen aber nicht alles genau du dich schon freitags halb das soll noch genug gespeichern ja das klingt auf jeden fall fertig manche auf die level jetzt hier ja genau drei können wir noch fertig ja sieben und auch das der chat funktioniert schon wieder ja freunde singen ja schon gewinnt hat die fresse ding da oben ja gut durch ja bin ich doch schon ja nur kein nein danke winkt ihr jetzt was denn hey wir müssen da rüber fliegen der peinlich dich aber sicher ja komm rüber ja wo ist das ding ging ausgeschaltet aber du hast es weggenockt ja also mitnehmen müssen ja unterwegs aufgesammelt wäre ich da durchgegangen wäre das auch so der bett gewesen ja 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 ja